Hallo, in dieser Videoreihe werde ich euch zeigen, wie ihr mit Histomania durch die Geschichte reisen könnt. Ihr werdet erfahren, wie ihr selbst Inhalte erstellt. Ich gebe euch Tipps und Tricks an die Hand und ich werde auf manche Geschichten näher eingehen und diese dann vorstellen. Heute beginnen wir aber erst einmal mit einem Überblick. Zunächst brauchen wir einen aktuellen Webbrowser. Ich empfehle hier Google Chrome, aber Firefox oder Edge tun auch ihre Dienste und dann geben wir in die Adressleiste histomania.com ein. Hier findet ihr jetzt empfohlene Geschichten, aber auch Geschichten, die sich auf den aktuellen Tag beziehen, also Biografien von Menschen, deren Geburts- oder Todestag heute ist, genauso wie Ereignisse, die heute einen Jahrestag haben. Ein Klick auf das jeweilige Ereignis und ihr könnt die Geschichte lesen. Wir wollen jetzt aber direkt in die Anwendung springen und uns dort ein bisschen umschauen. Dazu klicken wir auf Los geht's und werden direkt zur Anwendung weitergeleitet. Ihr müsst euch übrigens nicht anmelden, wenn ihr euch nur umschauen möchtet oder einfach nur mal ausprobieren wollt, wie so eine Geschichte erstellt werden kann. Eine Anmeldung ist nur erforderlich, falls ihr eine Geschichte veröffentlichen möchtet oder mit einem bestimmten Personenkreis teilen wollt. Aber das ist dann auch nicht kompliziert. Euer Name und eure Mailadresse reichen dafür aus und das Ganze ist völlig kostenlos. Ja, wenn wir jetzt das erste Mal bei histomania sind und uns noch keine Geschichten angeschaut haben, dann schlägt uns das Tool erst mal ein paar Geschichten vor. Die kennen wir vielleicht auch schon von der Homepage eben und da suchen wir uns einfach eine aus. Ich interessiere mich jetzt für die Geschichte rund um das Tagebuch der Anne Frank. Die klicke ich an und schon habe ich die Geschichte geladen. Wir sehen jetzt zum einen einen Bereich, in dem einzelne Ereignisse der Geschichte auf einer Timeline aufgetragen sind. Zum anderen sehen wir hier rechts die Geschichte in Textform. Das können wir mit diesem Button hier auch nach unten legen und haben damit unseren Bildschirm horizontal unterteilt. Schauen wir uns zunächst mal auf dem Zeitstrahl um. Wir haben hier zwei Schieberegler, mit denen wir die Zoomstufe beeinflussen können. Einmal in vertikale Richtung. Hier kann die Höhe der Ereignisse variiert werden und einmal die horizontale Richtung. Hier ändern wir die zeitliche Ansicht. Die zeitliche Auflösung könnt ihr übrigens auch ändern, indem ihr die Steuerungstaste gedrückt haltet und das Mausrad bewegt oder auf einem mobilen Gerät mit einer Touchgeste. Die Timeline könnt ihr wie ein Blatt Papier verschieben, indem ihr mit der linken Maustaste hineindrückt, die Taste gedrückt haltet und dann die Zeitleiste entsprechend verschiebt. Möchtet ihr nur hoch und runter scrollen, dann funktioniert das auch über das Mausrad, wie ihr das von anderen Anwendungen auch gewohnt seid. Unten rechts seht ihr noch einen roten Knopf mit einem kleinen Pfeil. Dieser Pfeil zeigt immer in Richtung des aktuellen Datums. Klicken wir hier drauf, dann verschiebt sich die Timeline so, dass das aktuelle Datum in den sichtbaren Bereich rückt. Bleiben wir beim Klicken länger auf dem Button, dann erscheint ein kleines Eingabefeld und wir können zu einem beliebigen Datum springen. Dann haben wir hier noch einen Knopf mit einem Filter-Symbol. Hier ist es möglich, einzelne Elemente oder ganze Gruppen ein- und auszublenden. Ich mache das jetzt mal hier. Ich blende zunächst alles aus und dann sage ich, ich möchte nur noch Wohn- und Aufenthaltsorte sehen. Und schon sehe ich nur noch diese Gruppe. Gehen wir nun zu dem Bereich, in dem wir die Geschichte in Textform lesen können. Hier sehen wir, dass im Text verschiedene Elemente enthalten sind. Wir haben hier Verlinkungen, Pins, Uhren-Symbole und Checkboxen. Verlinkungen führen uns zu externen Webseiten. Beim Klicken wird ein separater Browser-Tab geöffnet. Pins öffnen eine Landkarte, in der wir uns dann weiter bewegen können. Hier können wir zum Beispiel mal einen Blick in das Versteck der Anne Frank werfen, indem wir dieses kleine gelbe Männchen hier aufnehmen und einfach auf das Gebäude ziehen und dort fallen lassen. Und jetzt können wir uns hier im Haus virtuell bewegen und alles anschauen. Die Uhren-Symbole sind dafür da, dass wir uns beim Lesen im zeitlichen Kontext zurechtfinden. Klicken wir so eine Uhr an, dann springt der Zeitstrahl an die passende Stelle und ein Pfeil zeigt uns zudem noch an, welches Ereignis denn jetzt genau gemeint ist. Hier wird im Text beispielsweise erwähnt, dass niederländische Juden einen Judenstern tragen mussten und wenn wir auf die Uhr klicken, dann sehen wir im Zeitstrahl, seit wann das der Fall war. Kommen wir nun zum letzten Element, der Checkbox. Mit einer Checkbox kann ich eine Geschichte öffnen oder schließen. Ich schließe jetzt mal unsere bestehende Geschichte nicht, sondern öffne zusätzlich eine Geschichte, hier zum Beispiel die Geschichte Deutschlands. Und jetzt sehen wir, wir haben zwei Geschichten untereinander gelegt und haben dadurch die Möglichkeit, diese viel besser vergleichen zu können. Dazu komme ich gleich noch einmal. Wir bleiben erst noch bei einer einzelnen Geschichte. Wenn ich das jetzt schon mal geöffnet habe, dann schauen wir uns doch gleich weiter die Geschichte Deutschlands an und schließen die Biografie der Anne Frank. Schauen wir wieder zur Timeline. Details zu einem Ereignis erfahrt ihr, wenn ihr das gewünschte Ereignis anklickt. Beispielsweise nehme ich jetzt hier die Machtergreifung, dann fährt von rechts so ein Inforeiter herein und gibt mir Details zur Machtergreifung. Und genau wie eben bei der allgemeinen Beschreibung der Geschichte kann ich jetzt auch wieder hier weitere Geschichten einblenden, Karten anzeigen oder zur entsprechenden Zeit springen. Und hier haben wir jetzt sogar noch ein Video eingebunden, das uns den Sachverhalt genauer erklärt. Ganz oben sehen wir immer Details zur Zeit, zu der das Ereignis stattgefunden hat. In diesem Fall war das jetzt der 30. Januar 1933 und das war vor ungefähr 87 Jahren. Es gibt aber auch Ereignisse, die nicht tagesgenau eingetragen sind, weil vielleicht nur das Jahr oder vielleicht nur das Jahrhundert bekannt sind. Dann steht entsprechend nur die Zeit mit dieser Genauigkeit in den Boxen. Unter einem Zeitintervall finden wir immer die Dauer und wenn wir dieses Feld ausklappen, dann könnt ihr noch die Dauer in verschiedensten Einheiten sehen. Und weil wir eben hier verschiedene Genauigkeiten haben können, sind diese Zeiten immer die maximal möglichen Zeitangaben. Also in diesem Fall vom 23. Mai 1618 um 0 Uhr bis zum 31. Dezember 1648 um 24 Uhr. So, damit seid ihr jetzt schon in der Lage Geschichten zu lesen und euch von einer Geschichte zur anderen zu bewegen und könnt damit durch die Zeit reisen. Jetzt stecken in so einer Timeline aber noch viel mehr Informationen drin, als die, die man auf den ersten Blick sieht. Ich kann beispielsweise einfach ablesen, wie lange der Erste oder der Zweite Weltkrieg gedauert haben. Ich kann aber nicht direkt sehen, wie lange die Zwischenkriegszeit war. Und dafür gibt es das Messwerkzeug. Das Messwerkzeug blenden wir hier ein und es erscheinen zwei Messschieber. Die schiebe ich jetzt so hin, dass der linke Messschieber auf dem Ende des Ersten Weltkriegs liegt und der rechte Messschieber auf dem Beginn des Zweiten Weltkriegs. Jetzt kann ich oben die Dauer ablesen. Die Zwischenkriegszeit hatte eine Dauer von über zwei Jahrzehnten. Jetzt komme ich nochmal auf das Vergleichen von Geschichten von eben zurück. Dazu öffne ich jetzt die Geschichte der deutschen Bundeskanzler. Wir sehen, seit wann es Bundeskanzler gibt, wer die Bundeskanzler im Einzelnen waren und innerhalb der Lebensbalken, wann ihre jeweilige Amtszeit war. Hier sehen wir sogar noch Walter Scheel, der nach dem Rücktritt Brands auch für eine Woche Bundeskanzler war. Jetzt sage ich euch, es gibt einen Bundeskanzler, der die Währungen Mark, Rentenmark, Reichsmark, Deutsche Mark und den Euro miterlebt hat. Wie bekommen wir raus, wer das war? Schauen wir uns nur mal das an, was uns wirklich interessiert. Dazu filtern wir alle Ereignisse weg und blenden nur noch Bundeskanzler und Währung ein. Unser gesuchter Bundeskanzler muss vor dem Ende der Mark geboren worden sein und darf nicht vor Einführung des Euro gestorben sein. Wir blenden uns wieder unsere Messschieber ein, die wir jetzt aber nur dazu benutzen, um einen Zeitbereich zu markieren. Wir wollen gar nichts messen. Dann schieben wir unsere Messschieber auf die gewünschten Zeitpunkte und schauen, welcher Lebensbalken eines Bundeskanzlers völlig in dieser Zeit enthalten ist. Die unteren sind zu früh gestorben, damit sie noch den Euro miterlebt hätten. Die oberen wurden zu spät geboren, um noch die Mark miterlebt zu haben. Der einzige, der übrig bleibt, ist Helmut Schmidt, der 4 Jahre und 10 Monate alt war, als die Rentenmark eingeführt wurde und der den Euro noch 13 Jahre und 10 Monate miterlebt hat. Über die Möglichkeiten, die ihr mit Messschiebern habt, werde ich noch ein extra Tutorial machen. Das würde hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Wenn ihr euch die aktuelle Kombination aus euren geöffneten Geschichten merken möchtet, dann geht ihr im Menü unter Mehr auf Lesezeichen und speichert das als ein persönliches Lesezeichen für euch ab. Gehen wir mal ganz zurück an den Anfang. Ihr erinnert euch, wir haben bislang unsere Geschichten nur über die vorgeschlagenen Geschichten oder über die Verlinkungen per Checkbox ausgewählt. Wir können aber genauso gut natürlich nach bestimmten Begriffen suchen. Ihr könnt eure Suche sogar nach einem bestimmten Zeitbereich oder einem Ort einschränken. Es ist möglich, dass ihr über einen QR-Code einsteigt und darüber auf eine Geschichte kommt. Mit einem Handy könnt ihr Geschichten suchen, die sich um eure aktuelle Position herum befinden und so weiter. All die Möglichkeiten, wie ihr Geschichten finden könnt, werde ich aber auch nochmal in einem separaten Tutorial erläutern. So, falls ihr jetzt Lust auf mehr bekommen habt, dann probiert es doch einfach mal aus und stellt eure Fragen einfach unten in den Kommentaren. Gebt mir einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat und nicht vergessen, abonniert meinen Kanal, damit ihr kein weiteres Tutorial verpasst. Bis bald, euer Peter.